Boah, das ist nicht dein Ernst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Viel Spaß beim Anschauen. Fahrt vorsichtig. Ja, bitte. Das ist sie. Ja! Manche können sich einfach nicht entscheiden. Ach Leute, lasst doch wenigstens beim Überqueren der Straße das Telefon aus der Hand. Das war schon sehr knapp. Zum Glück ist hier nichts passiert. Hat man es wirklich so eilig, dass man ein Einsatzfahrzeug zum Abbremsen zwingen muss? Das Fahrzeug sollte man doch schon viel früher gehört und gesehen haben. Dimi nennt den Clip Augsburger komplizierte Kreuzung. Wieso, fragt ihr euch? Schaut selbst. Ja, komm, sagzügig. Der Sheriff mit einem absoluten Klassiker. Achtet hier auf den 1er BMW rechts von uns. Ein perfektes Beispiel, warum Rechtsüberholen nicht erlaubt ist. Bei solchen Szenen frage ich mich immer, wie die Leute an ihren Führerschein gekommen sind. Vorne steht ein roter Golf, der den Verkehr aufhält. Weil der Fahrer mitfahrende Personen rauslässt. Nächste ab. Nächste ab. Nächste ab. Das ist bei mir Hallo Fahrer Boah Alter, ich hasse Menschen Ich muss jetzt nur noch ins Parkhaus fahren, dann bin ich bei dir In diesem Clip geht es um den Sprinterfahrer, der sein Fahrzeug anscheinend nicht im Griff hat Der Beschriftung zufolge scheint dies ein Mietfahrzeug zu sein Schaut euch den Zirkus einfach mal an Digga Ja, Digga Das Parkhaus scheint nicht für die Größe des Fahrzeuges gemacht zu sein Und der Fahrer möchte hier irgendwie wieder rausfahren Boah, das ist nicht dein Ernst Oh fuck Digga, das ist nicht dein Ernst Das tut schon beim Zuschauen weh Oh Gott Ja, ich muss ein Stück vor Digga, da kommst du doch locker rum Nach dieser ganzen Zeit stauen sich hinter dem Einsender unzählige Fahrzeuge an, die auch ins Parkhaus möchten Dass jetzt alle Fahrzeuge rückwärts fahren, um den Sprinterfahrer durchzulassen, ist also eher unwahrscheinlich Ja Was versucht er jetzt hier? Oh, es kann nicht sein Ernst sein, ehrlich Ja, ich auch Vor mir steht ein scheiß Transporter, der nicht ins Parkhaus fahren will Er wurde gerade rechts abbiegen, vor dem Parkhaus Und dann ist er nicht rumgekommen Der hat einfach seine Karre an diesen Buchstaben verschrammt An diesen Stein da Das glaubte kein Mensch, ehrlich Echt 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 Digga, das wird nie was Der Einsender ist kurz nach dem Clip ausgestiegen und hat den Fahrer gebeten, rechts ranzufahren Damit er und die Fahrzeuge hinter ihm vorbeifahren können Und damit auch ausreichend Platz zum rückwärts fahren ist Was lernen wir daraus? Informiert euch vorher über die Durchfahrtshöhe des Parkhauses Mach das schon Ja, fahr Was hast du denn jetzt vor? Wieso hab ich den so spät gehört? Die Musik ist doch gar nicht so laut Das war's schon wieder für heute Vielen Dank an alle Einsender Falls auch ihr was einsenden möchtet Schaut gerne in die Videobeschreibung Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal